Hallo liebe Zuschauer hier auf YouTube. Wir sind in Lanzarote, genauer gesagt in der Hauptstadt Arecibe. Im Hintergrund sieht man hier meinen Freund Didi. Wir haben uns ein Motorrad gemietet und werden jetzt bei strahlendem Sonnenschein am 10. Oktober 2023 bei über 30 Grad mal ein bisschen durch die Gegend fahren und schauen, was wir so entdecken. Bis gleich! Ese culito me encanta y como te combina con la falda, carita de ángel y se comporta como sata, todos mis intentos desata. A mi me encanta, ese culito me encanta y como te combina con la falda, carita de ángel y se comporta como sata. Yo no te andaba buscando, pero que rico fue haberte encontrado y llenarte de placer. Yo no te andaba buscando, pero que rico fue haberte encontrado y yo no te va perder. No, no, yo no me encanta, ese culito me encanta y como te combina con la falda, carita de ángel y se comporta como sata. Es hier ist das Hotel, wo wir vor drei Jahren waren. Das war noch vor Corona. Ein sehr schönes Hotel. Das ist so die Hochburg des Tourismus. Hier gibt es vieles. Viele Waren, die es hier zu kaufen gibt, sind allerdings auch etwas teurer aufgrund des Tourismus. Aber ja, es ist einfach wunderschön hier. Ich liebe Land zur Rote. Man kann hier wirklich sehr viel machen. Auch wenn die Landschaft sehr trist ausschaut, so täuscht der Eindruck. Es gibt hier auch Deutsch und Englische Arztpraxen. Man kommt hier sehr gut zurecht. Das Hauptklientel, der Hauptbesucher sind Deutsche und Engländer. Man könnte schon fast sagen, dass Spanisch eher als Drittsprache ist. Dem ist aber natürlich nicht so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.